tryhard plus was geht youtube und herzlich willkommen zu einem special video hier leute und zwar zocken wir heute mit anton black ops 3 auf der ps3 josh grab leute herzlich willkommen und das ganze auch uncut heute denn wir hatten einfach mal bock drauf weil anton gerade seine erste um gespielt hat in diesem spiel ihr kennt ja sicherlich die scorpion face videos mit diesem ultra-random-game wo die ultra lustigsten sachen der welt passieren anton meinte auch er hat noch nie so viel spaß in cod gehabt wie in seiner runde es hat so spaß gemacht leute wirklich weil die gegner sind solche no hands hier genau deswegen checkt das mal ab leute sein video auf jeden fall und da gibt es natürlich jetzt die nächste episode so muss das auf jeden fall sein auch im factory spielen beide drohne only vielleicht schafft er sogar jemand das nuclear gameplay von uns beiden auf den 12 fps das wäre natürlich nicht schlecht 2014 12 april 2018 w7 ti der level 3 er ist richtig also richtig schlimm der hat mich zweimal geholt davor echt was kommt das oder was er ist schon der beste gegner ja 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 ok also leute ihr seht schon das wird auf jeden fall richtig lustig anton meinte auch er hat noch nie so eine gute performance von dem cod spiel gesehen kann man auch nichts gegen sagen die hitmarker die sind schon echt phänomenal in den abschlusskameras das ist geil ne ja leute und schön dass so wenig schwerknochtstachel in gegenseitigen sind ah stimmt digger ich habe anton nämlich damals gesagt er muss sich das game unbedingt vor dass wir das auch mal zeigen können so ich packe jetzt die xr2 aus die burst waffe so ok ich habe hvk digga boah digga das sieht ja so hässlich aus digga aber warte mal warte mal es sieht irgendwie so leer hier aus so im himmel ist es bei die haben natürlich auch sachen eingespart hier ne die haben ein paar sachen dann doch weggelassen oder bei der map oder täuscht mich die haben fast alles weggelassen ein paar sachen wäre schön das sieht aus wie bei i love cookies früher die mv3 videos wo er hat ja auch mal alle effekte ausgestaltet damit er besser sein war hack anmachen kann ich hab mich so gesaved digga komm lass versuch mal auf nuklear zu gehen ok das war's komplett ich hab mir nicht fbs gehabt alter digga jetzt lag von mir aber auch was oh gott er hat mich so weggeaimt digga nein nicht mit der shotgun er spawntrapp mich oh mein gott die fbs das war's komplett sagst du oi oi jaja das war's komplett digga so geil alter ich liebe es ein mvos habe ich einen jetzt habe ich gerade wieder gute fps das ist zu random ne weil die kirche sind so vorne hier ist nur einer beim schweig jetzt habe ich gute fps die muss ich ausnutzen wenn man gute fps hat dann kann man die gegner enstrafen digga Wenn man halt scheiße PS hat, dann logischerweise nicht. Ich check grad nicht, wie ich den Geld bekommen hab. Okay, ich bin 1 vor Drohne, Digga. Absolut Nasenbluten. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Der Frech franzig, ich konnte das schaffen. Drohne ist gut, Digga. Drohne ist gut, Digga. Nein! Okay, man kann nämlich keine Burstwaffe spielen. Man muss auch MPs eigentlich spielen, Digga. Echt, oder? Weil die haben auch keinen Recoil, halt. Einer geht da ganz links außen entlang, schau mal. Ich hab ihn nicht. Shit. Warte mal, ich werf nochmal Flash. Ich hab jetzt hier keiner kommen. Nein, Marcel, ich brauch Hilfe. Warte, ich komm jetzt von hinten. Nein, hör auf! Sein Spiel leckt aber grad mehr als meins. Ja, das kommt auch nur darauf an. Das ist ja das Geilste. Oh, der hat einen Manuwar. Warte, die hab ich noch nie gehabt. Wo ist er denn? Oh mein Gott. Digga, die Manuwar sieht ja anders aus, Digga, oder? Lol. Fuck. Ich spawns noch manchmal Endskrank konstant. Die Manuwar ohne Recoil antworten. Wir müssen unbedingt uns Hater freispielen und dann mit Manuwar Tryharden. Das wird so geil, Anton. Wirklich. Ja, ist auch so, Digga. Du hast die bessere End als Formel. Gnadenlos, Drohne. Digga, wie ich's gelegt hab. Halleluja. Nicht töten! Nein! Du hast Gnadenlos? Anton war jetzt hier nuklear, direkt Flash. Das war's, dann kommt. Ach, das Spiel ist doch einfach lustig, Leute. Ohne Scheiß jetzt. Der kommt hier aus, Nose, ne? Boah, ich würd töten, diese Manuwar selber zu besitzen. Hast du den? Töne, mein Leben kassiert. Ich hab dich getradet, Digga. Ich hab dich gerecht, keine Sorge. Du kannst in dem Spiel auch mal ein Turn kassieren wegen FBS. Ja, klar. Okay, gucken wir mal. Nein, Digga. Nein! Nein! Was sind die FBS? Das ist doch lächerlich. Das ist so geil, Digga. Das musst du angucken. Alter, ich bin so gesgaffed, Digga. Und auf einmal leckt und ich bin tot, Digga. Ja, das sag ich ja, Digga. Ich seh den Gegenden nicht mehr. Lol. Nein. Oh Gott, ich hab den Lustigsten gehandelt. Nein, Masai, das glaubst du nicht, das ist so lustig. Nein! Er hat Nanoschwamm, das war's komplett. Eieieiei. Okay, Leute, die Runde läuft jetzt leider noch nicht so gut. Ich steh 8 zu 7. Digga, Anton, ich störe. Ein B-Haus, deswegen. Ja, nice. Dann hat er dich geholt mit der Sense. Ja, ja, ja. Gegen an Drohne, das war's komplett. Aber ich hab keinen Recoil, deswegen kann's mir egal sein. Nein! Schluss! Mit Map. Einer nach oben in der Kirche, hat mich gesnipet. Oh nein, ich will mir die Killcam... Ja, guck dir an, guck dir an, das ist geil. Ich hab weggedrückt, verdammt, Digga. Du musst wieder gesnipet, wenn du die Killcam hast. Unbedingt gucken. Nein! Nicht! Ich hab Tauner verteilt, jetzt endlich mal. Was leckt so, was soll ich machen? Was soll ich machen? Hier ist alles voller Stolper... Wo bist du? Oh, ich hab ein Nate-Kill gemacht. What the fuck? Du hast den hier geholt! Du hast ein Acro... Digga, du glaubst, wie du mich gerettet hast mit der Nate. Aber Marcel, ich hab die Nate oben in die Kirche reingeschmissen. Ja, die ist aber hinten rausgefallen. Hä, wie? Digga, du hast sie durch die Tür durchgeworfen. Ich hab sowas noch nie gesehen. Digga, das war der heftigste Nate-Kill aller Zeiten. Ich hörst hier. Warte mal. Ich flash da außen? Oh, Digga, ich will gar nicht wissen, wie es für ein Gegner ist, wenn er geflasht ist hier. Der hat gar keine Chance mehr, oder? Dann geht wahrscheinlich die Blaze kaputt, wenn es zweimal passiert. Was soll ich machen, Leute, mit den FDRs? Oh mein Gott! Ich wurde genau scoped auf einen Meter! Warte, warte, warte! Ich schau's mir an! Nein! Oh mein Gott! Was ist komplett? Was hält die Killcam? Die Killcam ist also... Ich check nicht, wie er mich genau scoped hat. Da oben ist der irgendwo, Leute. Nein! Schluss! Nein, nein, nein! Soll ich dir helfen, Obenkirche? Digga, du bist eh wahrscheinlich jetzt durch die Dinger strämmig. Nein, nein! Ich finde, für den ist noch einer. Hast du den? Oh, nice! Aber das ist ein Manuar! Jawoll! Okay! Tempest! Digga, Tempest ist auch echt lustig, wenn man den Kill macht dann. Wenn man den Kill macht dann? Okay, Digga! Hinter mir noch irgendeiner gespawnt. Da ist er! Hast du ihn? Nein, da noch nicht! Er ist weg vor mir? Nein! Nice! Okay, okay, jetzt. Alle mit Map, oder? Boah! Er kommt hin. Er kommt mir geklaut. War das komplett? Nein, er könnte mich! Okay, ich hab ihn nach ihm. Noch einen hinter mir! Oh! Sauber! Nein, noch einen links! Panzer, 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 Panzer! Okay, okay! Ich hab Rona! Du bist auch da hinzuleggen! Ich hab Rona! Digga, warte! Es ist ja zu kass! Nice! Okay, ich hab jetzt... Ich bin jetzt gleich... Ich bin jetzt die Nukleare nach! Das ist nicht Spaß! Welches Stück bist du? Ich bin nicht hoch, Digga! Ich stehe eigentlich eine 5er Stück! Das war's komplett! Ach so! Ich dachte, das ist gnadenlos oder so! Vielleicht gnadenlos! Weiß ich nicht! Guck wie Klicker ist das Spiel dabei! Was hast du dir gehört? Er ist oben im Haus! Hab ich! Okay! Ja! Oh! Mein Nate könnte jetzt abgehen! Macht jetzt einen Kill oder? Nein! Alles geil! Überlebt es! Das war's komplett! Alter Digga! Das ist halt echt unfassbar! Er macht es ja auch nicht einfach hier! Er hat jetzt hier richtig um seine Mutters Ehre! Es wäre aber echt lustig, Marcel! Wenn wir so einen Challenge machen! Nuklear auf PS3! Wir müssen dann nur Orbi freischalten! Das geht schon! Ja klar geht das! Aber dann muss man auch beten, dass man nicht die Frames kassiert! Alle zwei Sekunden! Scoopelos habe ich jetzt! Wenn ich richtig PS4 mache dann geht es! Das war's komplett! Er boxt! Er slaggt und er boxt mich einfach! Das ist so! Ich sag so jetzt! Ja 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 ja! Warte mal kurz Timo bitte! Digga! Das war's komplett! Boah! Scheiße! Ich werd geholt! So warte mal! Oh! Oh! Ich bin mit in der Aufnahme! Ja Timo! Ich bin mit in der Aufnahme! Ja! Und ich ist ankert! Digga! Das war's komplett! So! Wir nehmen mal mit! Uuuuuh! Nein! Stolfervolle! Stolfervolle! Und ich bin so behindert! Ich blitz mich noch rein! Boah Marcel! Der ist oben! Ich wurde gesniped! Ich hab ja schon gesniped! Ah! Du hast wieder nicht angekört! Ich hab wieder im ran! Ich hab zu hart Zuckungen! Und ich seh das mal wieder wegdrücke! Das ist das beste an dem Spiel! Ey Marcel! Eigentlich müssen wir 101 machen hier! Das wär doch voll lustig! Wir können ja mal gucken ob das geht! Das muss doch gehen! Der ist oben raus! Ey lass uns noch ganz schnell real quick machen gleich! Okay? Okay komm! Boah! Ich hab so weggehauen mit Tempest! Oh Gott! Hier ist ne Sense! Woah! Hast du ihn? Woah! Sauber! Das ist schon ein geiles Feeling wenn man hier so ein Feed macht! Ja normal Digga! Vor allem weil man halt dabei auch merkt wie unmöglich es eigentlich ist! Wo sind sie jetzt? Jetzt hab ich hier die besten Frames Digga! Jetzt läuft es flüssiger als auf der PS4! Bei mir läuft es gerade auch absolut perfekt! Das war's komplett! Okay! Also Leute! In 1&1 ist es ne geile Idee Anton! Ohne Scheiß! Es ist ne richtig richtig geile Idee! Hoffentlich gibt es hier Nuketown Digga! Ja als ob es das nicht gibt! Wobei ich hab noch nie auf Nuketown gespielt! Wir gönnen uns das schön die M8 beide oder? Jetzt bin ich mal gespannt! Geil! Man sieht einfach nichts Digga! Hammer! Ich hab jeden Schuss bei mir aber getroffen! Ja er hat ja auch immer so geblutet! Seraph Digga! Meine Exfrau! Geil! Guck mal wie schattig wir aussehen! Ich erkenn nicht mal die Charaktere! Okay! Du hast jetzt ne ganz gute Allround KD würde ich sagen! Wahrscheinlich so ne 6er KD oder so mit der Runde davor! Naja! Okay Digga! Also Leute ihr müsst euch jetzt! Das ist das most random one on one aller Zeiten was ihr jetzt sehen werdet! Also es geht hier jetzt 0%! Wieso hab ich auf einmal alle Tarnungen? Alles klar! Mit Zweitwaffe! Mit Zweitwaffe! Ähm! RK5 hast du keines eingepackt oder? Doch doch! Ich kann einen nehmen! Okay okay! Ich hab jetzt 3 Perks einfach! Ja! Was hast du für Perks? Nachbrenner! Flinker! 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 Hast du Radar an? Ja! Okay! Das wird jetzt richtig lustig Leute! Ich freu mich! Das ist jetzt äh! Wobei! Vielleicht lagts ja jetzt gar nicht Anton! Weil nur 2 Leute in der Lobby sind! Weißt du? Weiß nicht! Aber den Host hast du natürlich auch! Pro Kampfstart! Wahrscheinlich lagts nur bei mir jetzt Digga! Das wäre auch gut! Direkt 15 auch! Kann schon passieren Digga! Ich hab so Bock grad auf diese Runde ey! Ja! Okay! Guck wie flüssig ist! Es muss doch jetzt flüssiger laufen! Es geht doch jetzt gar nicht! Oha! Sag wirklich flüssig! Ich guck! Okay warte! Ich hab nur ein flüssiges Game gesehen! Ja okay! Digga das Aim ist aber... Wow! Alter was hält Digga! Da hab ich direkt mal die 100 Tabellen! Prizzi ausgepackt! Okay Digga! Ja du bist ja Ends eingespielt in diesem Spiel! Alter! Digga! Aaaaah! Scheiße Digga! Let's go! Eieieiei! Das ist so random auf Long Range ne! Nein! Mann! Digga! Ich hab gejokt! Alter! Okay! Okay! What! Digga! Ich treff hier keine Kugeln! Kannst du hier so gut aimen Digga! Bester Spieler halt! Kennst du's doch Digga! 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 Hey wie schnell ich tot war! Der Host war back am Start hier für euch! Digga! Boah, das ist gut gehofft, ja. Trash. Hoida, du! Da hab ich jetzt so Endzählen-Modus ausgefallen, Digga. Wow! Was? Digga, wie weak warst du denn? Übelst, der war geprefired. Oho, der Gun fällt mir so schnell. Boah, das war so schlimm aus, Digga, ich guck's nur an. Oho, what the fuck? Bei mir in der Kirkin hast du komplett daneben geschossen. Ja! Ich treff nichts, Marcel, das ist so krank. Manchmal ist man auch sofort nach einer Millisekunde drauf, Digga, und weiß, okay, jetzt wird der Best Connect, weil manchmal weißt du, okay, egal was du machst, es bringt grad nichts. Was ist das Ei, Digga? Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, okay. Ich hab so ein Tempys auf dich geschossen. Okay, Digga, dann kann ich ihn aber auch gleich raus haben. Was ist das? What? Nein! Aufgezogen! Tempys ist schwer, Digga, ich schwöre, das ist schwer, Digga. Ei, 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 Digga. Warte. Snap mit? Oh Marcel, Digga, das kannst du... Und die Killcam, Digga, bitte einschlagen. Nein, ich hab ja geblickt, verdammt. Du rafest dich komplett, Digga! Na, warte, 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 warte. Ich hab ein Q6 gemacht. Ey, ich hab's gemerkt. Ja, Digga. Die Ära ist jetzt vorbei, Digga. Man weiß ja nicht, vielleicht ist der Host schlechter, Digga. Ich hab keine Chance, Digga, ich schweiß. Da macht man sich weh grad. Leute, ich spiegle halt nicht irgendwie extra so. Ich geb schon alles gehört. Nein, Digga, jetzt hat er richtig ernst gemacht. Richtig rumgestrampelt. Ich hab ne Idee, Anton. Warte, guck mal, ob das hier auch geht. Naja, natürlich geht das nicht bei dem Scheiß-Movement-System. Warte, ich fasse es trotzdem. Jetzt muss man schon schwitzen. Ich hab irgendwie, ich weiß Gott wie, den Hitmark ergeben. Alles klar, Digga. Das war's dann komplett. Gio, es tut mir so leid. Kann man da bei Warbang? Ich seh dich nicht. Es lag bei mir grad so heftig. Ich seh dich nicht. Digga. Das war so geil. Das wirst du so genießen, wenn du das Video guckst. Ich hör's dir. Oh, jetzt ist der One-Bow am Start. Ich glaube, es ist so, manchmal lässt das Spiel dich die Kills machen und manchmal nicht. Nein! Ich hab nur noch 6 Schuss, ich muss die One-Bow geben. Ja, das war's komplett. Alles klar, Digga. Hauptsache die beiden Elfen sehen komplett unterschiedlich aus. Guck mal links unten. Komplett andere Schriftart. Bei dir auch. Ja, bei dir auch. Da haben sie sicher auch leider keine hundertprozentige Mühe gegeben. Oh, ich hab... Ich hab keine M8 mehr. Das war's Komplett. Ich hab keine M8? Nein! Okay, das wär's jetzt auch gewesen, Digga. Oh, Digga. Ich darf das nicht challengen, Digga. Ich verdiene jedes Mal den Ganzen. Okay, Digga. Ich muss jetzt echt schwitzen. Oh, das ist halt... Ich schwör, Tempest ist ein Nachteil anfangen. Ohne Witz jetzt, Digga. Es ist ein Nachteil. Nein, die Barster-Taktik wieder, Digga. Man kennt ihn, Digga. Na komm! Ah, der Kill wär so wichtig. Alter, du hast Ends geschluckt. Nein, Digga. Das war doch... Das war doch schon mein Kill, Digga. Alter, fuck. Nein! Oh mein Gott, ich bin so weak, Digga. Oh, Digga. Ich hab noch nie in meinem Leben so viel Spaß gehabt. Oh, Leute, das war's komplett. Ach, ja, Digga. Alter, ja. Nice, Digga. Guck mal, die Szene will ich mal sehen wie die jetzt in der Kill kam aus, Digga. Ob ich da wieder keine Kugelschätze. Ah, Digga, ich hab schon teilweise gut geaimt. Was? Hast du hier nicht gewonnen? Okay, Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich freuen. Checkt ein anderes Video ab. Links in der Videobeschreibung. Haut rein und bis dann. Ciao. Ciao.